Hallo und hier ist wieder euer Lukas und ich mache heute das Video GTA 5. Ich muss mich an die Regeln halten, wie die jetzt so rote Ampel, dann stehen bleiben, gelbe kann ich einfach stehen bleiben oder fahren und meine grüne einfach fahren. Bei Stoppstuhl stehen bleiben, bei Spiegel und Vorfahrt. Ja, ihr wisst schon bestimmt die Schilder und ja. Und ja, wir sind nicht, wir sind gerade Michael und ja. Gerade aufgestanden. Erstmal umziehen. Schöne Outfits. Anzug. Ja, komm. Also wir sind ganz normal und sind reich. Ja, reich. Nein, Spaß. Hier, ihr seht leider gerade nicht. Ich habe 132 Euro, also Dollar. Irgendwann kommt vielleicht noch eine Folge. Ich habe 0 Dollar und dann mache ich von 0 Dollar einen Zettel, wie viel ich geholt habe. Und dabei, ähm, überfalle ich Läden und Lego. Ähm, ne, nicht zu hell. Okay. Los geht's. Ja, und meine Autos sind weg. Ich habe sie nicht gespeichert. Oder soll ich auf mein Profil? Ach, egal. Dauert alles wieder zu lange. Los geht's. Rechts. Rechts. Links. Okay, ihr könnt fahren. Stopp. Okay, ihr könnt fahren. Und dann. Der hat die Regel gebrochen. Oh, an die Ampel muss ich mal... Ich muss kurz parken. Ähm, hier. Hier. Ich bleib einfach illegal. Leute, es war nicht illegal. Mensch, verloh! Herde-Grün! Der bleibt stehen! Oh nein, wie soll ich denn das machen? Ich fahr gerade aus. Ihr habt Grün! Vater, du hast Grün! Guck, der hat Grün! Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich hab Rot. Die Schild. Könnt ihr bestimmt nicht lesen. Weiß ich nicht. Hochabgrün? Nee, hier packe ich nicht. Das war nicht... Ich weiß nicht, ob das illegal ist. Egal. Fahne ist Fahnen. Ich fahr da hoch, wo man runterfährt und ich fahr runter, wo man hochfährt. Hochraum steige ich aus. Und ich spiele mit Controller, seht ihr? Weil mein Bruder hat die Tastatur mitgenommen. Bei Freunden. Hoch. Ich mag hier schnell meine Garage. Okay, los geht's. Und... Willst du euch das machen? Das war grün. Das war aber nicht illegal. Oder? Nein, war's nicht. Komm, wer die Grün bitte? Ich weiß nicht. Ähm, das wird glaube ich nicht so ein langer Stream. Oder ein langer. Weiß ich nicht. Ey, guck mal hinter. Was der macht. Der darf das nicht. Der darf das nicht. Hey du, das darfst du nicht. Du musst hinter mich. Und nicht neben mich. Und nicht neben mich. Nicht neben mich. Guck, die haben jetzt eigentlich... Hä? Die haben grün. Und hier haben grün. Hoch. Fast aufgefahren. Und da bin ich aufgefahren. Nein. Danke, dass du mich vorlässt. Ist es illegal, wenn ich jetzt überhole? Ist es nicht illegal, wenn ich den jetzt überhole? Oh, noch andere Ampel. Oh, oh. Hopp. Ähm, bin ich draufgefahren? Oh, komm mal, knapp. Fast draufgefahren. Oh, die R8. Soll ich schon wettren machen gegen Audi R8? Komm, ich frag mal. Ha! Ich muss den überholen, Audi R8. Ähm, war das illegal? In die Garage rein? Nee, lieber nicht. Also es geht nicht. Ich muss nicht parken. Und dann gehts schon richtig los mit meinem aufgemurzten Auto. Hm, nicht perfekt geparkt. Oh, scheiße. Mann, wer? Mein Bruder hat gespielt. Der hat den umlackiert, die Felgen und alles nicht mehr richtig gemacht. Der Spoiler ist auch weg. Hm. Und dann hat er mir wieder mein Geld geholt. Wie krass. Ein Euro mehr. Ein Dollar mehr. Ein schöner Audi R8. Er war eigentlich schmatschmerz. Das hat 10.000 Euro gekostet. Als insgesamt. Pff. Pff. Spaß wei wei du oh ich bin den drauf gefahren zum Glück ist nicht real life dann wäre die Polizei aber gekommen und hätte mich angeredet das Auto fährt eigentlich schneller als das darf ich hab jetzt richtig schon aufgemotzt hey! oh, stand so rot hab ich nicht gesehen ich bin gefahren weil die auch gefahren sind ist nicht illegal ich fahre nicht darüber rum wie geil man es reicht jetzt auch mal mit rot fahren ich muss dich nicht anhalten das ist aber nicht illegal nein mein Auto nein mein schönes Auto das ist aber kaputt geworden nein, ich weiß nicht ob ich das reparieren kann ob es jetzt immer so bleibt nein, das kann ich niemals reparieren mit meinem wenigen Geld das kann ich nicht reparieren das kann ich nicht reparieren das kann ich niemals reparieren das kann ich niemals reparieren ich muss mir ein anderes Auto holen ich muss mich nicht reparieren ich muss mich nicht näher